An einem der wunderschönsten Aussichtspunkte hier in Heiligblut am Großglockner sehen wir schön die Wallfahrtskirche und wir haben die Ehre dreimal im Sommer ein klassisches Konzert zu veranstalten und schauen wir es uns an, gehen wir rein, hören wir ein bisschen zu. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018